und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr freunde des gepflegten klemmbausteinbaus ich muss glaube ich zur einführung dieses sets gar nicht viel sagen denn ich glaube wirklich fast jeder hat in letzter zeit darüber geredet der playtif clipis geist geht wieder um und dieses mal mit neuen sets denn wir haben auch sets von lidl ja sagt ihr jetzt die sets kommen von lidl aber nicht nur das denn diese sets kommen von lidl und handeln über lidl und so haben wir eben zum beispiel ein truck ein gabelstapler und wie in diesem fall das flagschiff set nennen wir es mal die filiale und ich wollte es mir natürlich nicht nehmen lassen mit euch auch über diese filiale zu sprechen diese little sets kommen in einem neueren design an denn sie sind sehr gelblastig und dann in diesen 50 jahre günstig farben was ihr unten links seht eben rot blau und gelb wir sehen vor noch mal die filiale drauf und ein paar detailaufnahmen es gibt eben zum beispiel eine kasse eine backwaren abteilung einen personalraum und einen warenannahme bereich ansonsten ist die box auch wirklich gar nicht mal so spannend sie ist hinten mit einem sehr ähnlichen design wie vor und auf der oberseite seht ihr auch dieselben informationen die ihr vorhin schon gesehen habt hier seht ihr nur noch mal das gelblastige sehr gut was ich meine auf jeden fall haben wir 929 teile und fünf figuren und viele accessoires und da bin ich sehr gespannt drauf zwangsweise werden wir es auch nicht schaffen um die lego 60347 einen bogen zu machen wir müssen in diesem video ein paar vergleiche anstellen glaubt mir einfach ich versuche so fair wie möglich mit dem lego set hier umzugehen ich möchte hier nicht über lego herziehen und vielleicht gibt es ja auch in diesem set ein paar sachen die besser sind als in diesem little set ich würde aber sagen reden wir nicht weiter um den heißen brei ich mache das ganze jetzt mal auf und wir schauen uns zusammen die steine tüten und die anleitung an und der karton ist ungefähr zu drei viertel gefüllt wir haben natürlich die anleitung dabei und auch noch die steine tüten von denen ich euch natürlich auch gleich noch ein paar zeigen werde das ganze ist geklebt die papierqualität ist wirklich sehr gut die anleitung ist auch sehr groß dementsprechend sind die abbildungen wirklich eindeutig erkennbar die druckqualität könnte meines achtens noch ein wenig besser sein ich finde die farben hier sehr kontrastlos dargestellt davon abgesehen wird alles ausgegraut was schon gebaut wurde und was neu gebaut wird wird in vollfarben dargestellt und insgesamt haben wir 180 bauschritte auf 79 seiten verteilt bis wir dann auf der 80 seite den fertigen markt sehen auf den folgenden seiten haben wir dann wie wir das schon von little gewohnt sind wieder die teile auflistung ihr könnt euch das video wie immer gerne an einer stelle anhalten wenn euch irgendetwas davon besonders interessiert und auf der rückseite haben wir dann gar kein design mehr also ich habe wirklich wenig zweifel daran dass es sich nach dieser anleitung gut bauen lassen wird dann haben wir natürlich noch die steine tüten diese sind auch in bauabschnitte unterteilt das sieht man an dieser zahl hier die bauabschnitte sind auf den tüten auch wirklich offensichtlich drauf gedruckt das ist nicht so wie bei manch anderen herstellern wo man dann irgendwo hier unten kleine codes lesen muss und den bauabschnitt zu entschlüsseln es handelt sich dabei ja wieder um panenlöschsteine über die qualität von diesen steinen reden wir dann wie immer während des baus also ich freue mich auf jeden fall schon sehr auf dieses set und muss unabhängig davon ob dieses set gut wird oder nicht sagen es ist natürlich eine weltklasse marketing idee meiner meinung nach weil man muss sich immer bewusst sein die kinder von heute sind die erwachsenen von morgen und wenn man als kind viele spiele abenteuer in einem little store erlebt hat dann ist da natürlich schon wieder eine positive assoziation zu little der marke hergestellt und so etwas lässt sich dann auch im erwachsenenalter relativ schwer löschen deshalb es ist natürlich eine wirklich ausgefuchste idee mit diesem little set in der anleitung finden wir dann auch noch diesen sticker bogen hier finde ich einerseits schade dass es keine prints sind andererseits muss man natürlich auch wieder den preis sehen und auch in diesem fall muss ich sagen ist natürlich von vorteil weil wenn ihr jetzt eure kinder nicht in einem little shop spielen lassen wollt oder ihr selber euch hinstellen wollt als supermarkt ohne das little branding lasst ihr einfach die entsprechenden sticker weg dann ist es natürlich ein vorteil generell gilt für mich schöner wäre es wenn es gedruckt ist gerade beim lego set kritisieren wir ja immer dass alles was mit der marke oder der lizenz zu tun hat dort nur sticker sind und dann ist es schade dass es little hier nicht besser macht denn auch alles was in diesem shop darauf hindeutet dass es ein little laden ist sind eben sticker bis auf die anzüge der figuren ich fange jetzt aber auf jeden fall an zu bauen und wir sehen uns nach dem ersten bauabschnitt wieder und wir sehen uns das erste mal nach dem 52 bauschritt und damit nach dem ersten bauabschnitt wieder die steinequalität ist wirklich wirklich gut ich meine wir haben hier panda steine vom verbauen sind sie etwas fester als man das zum beispiel von lego gewohnt ist aber alles in einem maß wo sie sich trotzdem noch gut verbauen lassen das einzige problem hatte ich mit den grundplatten denn die grundplatten hatten eine leichte wölbung das erkennt man sogar jetzt noch in der seitenansicht ich hoffe das vertut sich noch umso mehr man dann draufbaut umso mehr gewicht drauf kommt und umso besser man die fliesen die jetzt hier drauf sind fest drückt es war auch nicht extrem aber dadurch haben sich die großen fliesen etwas schwieriger verbauen lassen als mir lieb war die großen fliesen an sich haben aber wirklich eine gute qualität sie glänzen schön wir haben leichte kratzerchen drauf das hält sich aber alles im rahmen ansonsten haben wir hier schon ein pfandautomat gebaut bedenkt immer alles was ihr seht sind leider sticker aber der pfandautomat an sich gefällt mir gut wir haben auch die backabteilung schon gebaut ich hoffe da kommen noch ein paar brote oder andere teile rein so wäre sie mir etwas zu lieblos die anlieferung haben wir auch gebaut und wir haben hier auch ein tor was wir wirklich öffnen und schließen können als kleines spielfeature drinnen sehen wir dann noch ein spind das macht relativ wenig sinn hinter einem pfandflaschenautomat aber da wollen wir jetzt auch nicht päpstlicher sein als der papst man muss jetzt nicht in den ganzen raum empfand thema bauen und wir haben hier noch ein telefon eine uhr und so eine art computer arbeitsplatz ich nehme an um die lieferungen zu kontrollieren und dann auch im system einzupflegen also ich hatte bisher mit dem bau wirklich spaß ich hoffe natürlich dass das so bleibt dass sich auch dieses kleine problem mit den grundplatten noch ein wenig vertut und dann sehen wir uns gleich wahrscheinlich nach dem zweiten bauschnitt wieder und wir sehen uns das nächste mal nach 127 bauschritten und damit nach dem zweiten bauabschnitt wieder die innereinrichtung scheint abgeschlossen zu sein und den raum habt ihr ja schon gesehen wir haben hier einige kleine regale gebaut auf denen wir angedeutete waren verkaufen wir haben die kasse mit dem kassenband und damit einen angedeuteten laden es ist natürlich alles auf sehr kleinen raum und es passt jetzt auch nicht von der verteilung wo die backabteilung oder der pfandautomat oder die kasse steht aber das stört mich bei einem spielset nun wirklich nicht gerade das ist ja nicht verkehrt wenn man auf einem relativ kompakten raum viele spielelemente vereinigt hat was mich aber etwas stört gerade in richtung spielset ist dass hier alles gefließt ist wir hatten zwar vorhin noch die jumper plates aber auf den jumper plates werden die regale befestigt und das hat zur folge dass wir in dem gesamten laden nicht eine noppe mehr haben was natürlich so ein wenig gegen den gedanke ist dass das hier zum spielen ist es gibt auch noch kleine sachen die ich jetzt unlogisch finde aber nicht als fehler hervorheben möchte ich habe die regale jetzt so beräumt und eingebaut wie es die anleitung sagt es macht aber für mich natürlich keinen sinn dass hier vorne eine volle front von waren steht und hier hinten leer ist die griffkanten sind ja eigentlich nach vorn das ist wie gesagt ein ganz kleines ding man kann es auch selber umbauen ich finde es nur etwas unlogisch wie es hier an der anleitung gezeigt wird die regale sind an sich alle sehr gleich aufgebaut wir haben eine 2 x 3er beige plate die wird auf 2 x 2er plates gestellt und dann schichten wir das eben in dem regal hier so ein das ganze gibt es dann in verschiedenen abwandlungen mit verschiedenen farben oder wie hier zum beispiel mit milchpackungen die wir bauen oder hier flaschen die wir bauen was ich in der anleitung sehr gelungen finde ist dass wir immer zwei regale bauen und dann den rest der inneneinrichtung dann wieder zwei regale und dann wieder etwas von der restlichen inneneinrichtung damit wird es nicht so langweilig und ein kind bleibt auch wirklich dran da hätte ich angst gehabt wenn man wirklich alle regale auf einmal nacheinander baut dass ein kind irgendwann gesagt hätte das ist mir jetzt zu langweilig die kasse gefällt mir als bau wirklich gut dies für ein spielset auch recht detailreich also damit lässt sich auf jeden fall einiges anfangen und spielen wo es mich dann aber wieder etwas stört dass der boden eben komplett gefliest ist und keine jumper plates mehr zwischendrin sind wir haben auch hier vorne den eingang gebaut wir haben hier zwei normale durchsichtige türen drin besser gefallen hätte mir hier eine schiebetür ähnlich wie wir das bei der fantasy a frame cabin gesehen haben aber ich gehe mal davon aus dass der pandas wahrscheinlich die steine nicht dafür hatte wovon in dem set aber auf jeden fall genug ist sind die fensterelemente und die sehen auch noch richtig gut aus sie sind leicht milchig ganz ganz leicht und wir haben wirklich wenige kratzer drauf also das sieht richtig richtig gut aus also diese fensterelemente habe ich schon in viel schlechter gesehen und damit steht und fällt natürlich so ein modernerer markt mit großen glasfronten wenn hier die fensterelemente schlecht gewesen wären dann hätte das set sehr drunter gelitten also auch bis hier und bleibt das fazit gleich es war alles bisher sehr spaßig ich hoffe dass das so bleibt wir uns dann gleich mit dem fertigen markt wieder und dann schauen wir uns natürlich auch zusammen die figuren an und es gibt ein fazit zu dem ganzen set und damit ist der little supermarkt von den playtiff clippies auch schon fertig zugegebenermaßen in dem bildausschnitt seht ihr ihn vielleicht noch nicht ich möchte euch vorher noch mal kurz diese überdachte möglichkeit einkaufswagen unterzustellen vorstellen denn allein dieses teil wäre wahrscheinlich bei lego schon ein 10 euro set gewesen und hier ist es mehr oder weniger einfach mal so dabei wir haben dabei ein papierkorb einen gebauten einkaufswagen wirklich 100 prozent brick build keine großen formteile dabei ist dadurch auch nicht unbedingt die schönheit aussehensmäßig ist natürlich da der von lego besser vorteil ist aber ihr habt das schon gesehen der passt auch wirklich in den unterstand rein und der unterstand gefällt mir wirklich wirklich gut gerade für den bau des dachs ist ja zumindest für ein kinderspiel set sogar eine relativ interessante bautechnik dabei das seht ihr wenn ich mal diese fliese hier abnehme und diese 90 grad baurichtungsumkehrer sind dort drin weil dieses dach sonst nicht befestigt ist wir haben hier auf beiden seiten negativ noppen und erst wenn wir dann hier die vierer fliese drauf machen ist das dach befestigt und kommt so zu seiner breite es ist natürlich trotzdem möglich wenn ihr bügelpern zu hause habt dort noch ein paar dazwischen zu machen vorteil denn man es so baut ist natürlich man bekommt es auch leicht wieder auseinander und dann hat man die fahnenstangen und steckt sie nur noch ins geländer und fertig ist so ein eigentlich simpler aber trotzdem wirklich genialer unterstand für die einkaufswagen und dann gibt es natürlich noch die figuren zugegebenermaßen habe ich echt schwierigkeiten mich an die clippies figuren zu gewöhnen ich finde hier die ein oder andere vom blick auch etwas verstörend ich glaube ein kind stört es nicht dann hat man eben einfach eine bespielbare figur in lidl uniform und damit ist es auch gut sie sind auf jeden fall unabhängig davon ob sie einem jetzt von der form gefallen wir haben bei diesem manager noch einen walkie talkie dabei auf dem rücken sind sie auch bedruckt auch die zwei kundenfiguren sind bedruckt da ist es dasselbe ding ich muss mich da echt noch dran gewöhnen aber an sich kann man gegen die figuren nicht viel sagen man kann sie aufnoppen man kann sie hinsetzen man kann damit spielen fraglich ist nur ob der personal im vergleich zu kundenschlüssel hier passt also wenn man so viel personal hat und so wenige kunden dann glaube ich ist der lidl bald geschlossen aber sei es drum das ist für ein spiel überhaupt nicht wichtig und dementsprechend schauen wir uns jetzt zusammen die filiale an und da sehen wir endlich die filiale kommen wir noch mal kurz zur anleitung denn da gab es eigentlich gar keine probleme beziehungsweise keine großen probleme eine kleine sache ist mir nur aufgefallen denn wenn sachen zweimal gebaut werden sollen steht dort leider kein mal zwei daneben man sieht es an der teilanzahl welche man raussuchen soll dass man es zweimal bauen soll aber gerade für kids wäre es gut wenn einmal zwei daneben steht ist alles nicht dramatisch aber eine kleine sache die man eventuell verbessern könnte die steinequalität ist gleich geblieben wie wir sie schon besprochen haben wir haben eine relativ hohe klemmkraft man braucht dort wirklich hin und wieder etwas mehr kraft deshalb stelle ich auch die alters empfehlung von 5plus etwas in frage es ist machbar aber die eltern müssten da an der ein oder anderen stelle auf jeden fall helfen das ist nicht schlimm wenn eltern mal mitbauen aber ich denke das sollte man wissen ansonsten haben die steine auf jeden fall einen guten glanz die fließen haben mit den besten glanz von allen herstellern die man so im alternativbereich hat wir haben wenig kratzer dabei da hat pandos wirklich wirklich gute arbeit geleistet da muss sich pandos auch nicht verstecken wir haben vom look ja eher eine modernere filiale weshalb natürlich auch die vielen scheiben gebraucht wurden und der look gefällt mir auch wirklich gut das set ist voll gefließt das sieht natürlich gut aus aber die bespielbarkeit leidet dadurch etwas das finde ich gerade für kinder schade für die das set ja eigentlich sein sollte das ist so ein punkt wo man durchaus noch mal als playtiff vielleicht etwas nachschärfen könnte um bei solchen sets an die bespielbarkeit zu denken tatsächlich hat der laden keine rückseite punkt bespielbarkeit man kommt gut ran ein wenig cooler wäre es natürlich wenn man es optional zuklappen könnte ähnlich wie wir das bei den kitty craft sets sehen werden von torsten aka johnny's world aber das ist auch so in ordnung für ein spielset gerade in der preisklasse tatsächlich hat der laden aber ein dach und das ist ja kompletter quatsch lego hat uns allen gezeigt dass häuser kein dach haben spaß beiseite das dach ist völlig in ordnung wir haben oben auch noch ein paar deko elemente drauf stehen also auch für den modernen look ein solarpanel und zwei solche ich gehe mal davon aus belüftungsschächte oder belüftungssysteme das dach ist stabil gebaut an sich es hat sich aber beim bau etwas gewölbt das hat sich dann bei mir gegeben als es verbaut wurde aber das müsst ihr auf jeden fall wissen dass ich das dach beim bau etwas wölben könnte tut dem set am ende keinen abbruch ist aber ein leichter qualitätsmangel und sonst haben wir ja schon über alles in dem set geredet und so sehr auch über den lego supermarkt gelacht und sich darüber aufgeregt wurde fände ich eine mischung gar nicht mal so schlecht zumindest bei manchen teilen das dach würde ich auf jeden fall behalten aber ich hätte zum beispiel in der backabteilung ein paar baguettes oder ähnliches reingelegt was natürlich beim spielen geholfen hätte auch die dosen oder die regale die hier befüllt wurden sind ja eher angedeutet befüllt wo man bestimmt noch etwas hätte rausholen können mit ein paar bananen oder anderen kleinen teilen auch hatte man in dem lego supermarkt tatsächlich etwas spieltiefe und eben noppen wie gesagt fliesen sehen cool aus aber gerade für die bespielbarkeit wären ein paar noppen auf jeden fall wichtig gewesen das sind die zwei punkte wo ich lego vorne sehen würde und was dem supermarkt hier auf jeden fall gut getan hätte es sind aber auch sachen die man selber noch mal umbauen kann man kann durchaus noch ein paar jumper blades in den boden einbauen und man kann sich auch von anderen herstellern noch ein paar sachen die man dann verkaufen kann zukaufen denn man muss auch immer sagen man bekommt hier für 26 euro 99 respektive 29 euro 99 ein wirklich großes set mit dem was anfangen kann dass man durchaus noch ein bisschen verfeinern kann und man ist immer noch in einem preis leistungsmäßig richtig richtig guten bereich und dementsprechend gibt es von mir natürlich für dieses set auch eine kauf empfehlung ich möchte aber noch ein kurzes thema ansprechen bzw ich muss es ansprechen eigentlich möchte ich es nicht mal aber es ist wichtig denn ihr habt gehört dieses set ist nicht perfekt es ist ein gutes set aber es ist nicht das perfekte set es ist für den preis für den man es im laden bekommt der knaller aber es ist nicht ein set was man sich auf biegen und brechen zulegen muss und das dann vielleicht von scalpern oder resellern die dann am ende für dieses set das doppelte vom neupreis oder noch mehr verlangen ihr könnt euch entscheiden ob ihr das unterstützt und damit den leuten die sich das horten und dann für utopische summen weiterverkaufen ob ihr diese leute unterstützt und damit ein signal sendet dass sie das nächste mal nochmal machen oder ob ihr das einfach lasst denn dieses set ist wie gesagt ein preis leistungs knüller aber es geht mir nicht in meinen kopf rein wie man diesen preis leistungs knüller dann für das doppelte ohne garantie von irgendeinem typ abkauft denn der große vorteil dieses sets ist nun mal der preis und wenn dieser wegfällt dann sehe ich auch keinen grund warum man dieses set unbedingt haben muss da kann ich euch wirklich nur empfehlen wartet ab eventuell kommt es nochmal in den laden eventuell nicht und ich habe auch schon 1 2 gebrauchte sets davon auf ebay gesehen und dann schlagt vielleicht dort zu vielleicht müsst ihr es dort auch über der uvp kaufen aber wenn es dort vielleicht für 35 euro gebraucht kauft ist es preis leistungsmäßig immer noch richtig gut dann habt ihr es aber wenigstens von jemandem gekauft das wirklich gebaut hat und deshalb gekauft hatte und nicht von jemandem der einen laden leer geräumt hat nur um euch am ende das geld aus der tasche zu ziehen deshalb wartet bitte ab und unterstützt diese scalper und reseller nicht denn wenn wir diese leute unterstützen und sie wissen dass es funktioniert werden sie es bei der nächsten welle noch mal machen und wenn andere leute sehen dass es so gut funktioniert werden es beim nächsten mal vielleicht noch mehr leute machen und das wird die ganze situation nur verschlimmern deshalb bitte bitte lasst es sein wartet ab bleibt geduldig und schlag zu wenn ihr es für einen guten preis seht denn dann ist es ein richtig richtig gutes set wenn ihr natürlich dieses set selber besitzt schreibt wie immer gerne eure meinung dazu in die kommentare ihr könnt auch gerne was zu dem scalper oder reseller thema in die kommentare schreiben bleibt dabei aber bitte fair und beleidigt nicht wenn euch dieses video gefallen hat könnt ihr auch wie immer gerne einen daumen nach oben und ein abo da lassen um in zukunft nichts mehr zu verpassen und ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag haut rein euer valleybrick bis zum nächsten Mal